Sie gehören definitiv zu den bestaussehendsten Pärchen weltweit. Cristiano Ronaldo und seine Georgina sind ein echter Hingucker und das nicht nur zusammen. Denn besonders die 26-Jährige kleidet sich gerne luftig und zieht damit alle Blicke auf sich. Aktuell verbringt sie ihre Zeit gemeinsam mit ihrem Liebsten auf hoher See. Was ein Glück, dass sie dabei die Kamera nicht vergessen hat und tiefe Einblicke gewährt. Im sexy Bikini präsentiert sie ihre wunderschönen Kurven. Die Frage, die wir uns dabei stellen, ist das wirklich ein Bikini oder ist Georgina kurzerhand in den Suess ins Wasser gehüpft? Das spielt eigentlich auch keine Rolle, denn bei diesen Fotos bleibt einem glatt der Atem weg. Auch die Fans sind entzückt. Wow, so heiß, kommentiert ein User. Ein anderer schwärmt. Du bist einfach perfekt. Letztendlich ist es aber mit Sicherheit Cristiano Ronaldo, der diesen tollen Ausblick in vollen Zügen genießen darf. Und dann werden wir ja auch mit Sicherheit gesagt haben, dass wir es selbst auch mit einer anderen Denkst dueln haben. Und dann ist das auch mit der nachdenkt. Und dann wird es mit einer anderen Flügelammlung anbörder. Wirkliche sind die Frage, wobei ihr euch darüber nachhaltiget dass wir überhaupt nicht so gut sein. Und dann haben wir ja auch mit einem Weg, was ich eine andere Geburt. Daher kommen jetzt anböСК da dann und dann wirdidenseit. Vielen Dank.